hallo und ein weiteres herzliche willkommen zurück bei einer weiteren folge Let's Play Troop ja wir haben ja diesmal wieder mit Stimme und ja wir haben ja letztes Jahr normal ein Schattentum gemacht ich frage es einfach mal ich bin ja auch erst wieder umgekommen ob wie hieß der Dark Master ach es sind auch nur Zeit vielleicht Lust hat jetzt zu machen also den im Hard Modus so Dark Master habe jetzt Zeit für Hard ST doch nicht erst die Mission das war nicht ganz so gut weil eigentlich wollte ich ein D machen also Prozent okay alles klar dann geht es auch nach Schlaf auf jeden Fall mach ich so trotzdem mit nachher Loll der Ecke Guck dich das Mann direkt am Sporn Alter wie old schon nice und ich hab die nicht gesehen erstmal Alter wie nice gut dass es noch schnell genug dass ich noch schnell genug reagiert habe ist der Fischendennäher noch einer No eat me alles klar so ok hier nehmen wir die natürlich auch noch mit wie nice direkt ist war ein fisch gut wir haben es auch bekommen warum ist denn da lang das ist auch schon da oder heißen ultra nice als sie das los das könnte gut sein für den Wald diesen diesen dass dieser Block den ich gerade bekommen das sind die Märkte jetzt wir haben ja diesen Bonus drauf okay dann müssen wir uns was beeilen wieso bin ich jetzt drauf gekommen warum schon beeil dich vielleicht kriegst du den noch dann warte diese Legs die Nerven okay da ist anscheinend niemand drin gewesen sehr toll also nochmal laufen aber nicht so schlimm wir haben ja noch 60 nur noch oh oh das wird doch knapp lol komm schon ey lol wie kommt der jetzt alles klar ein bisschen strange so warte lass mich durch so das war richtig nice irgendwie drache direkt am sporn äh lol ach da habe ich noch eine golde Seele nice so einfach mal noch mal auch war ja denn die andere drache nö nicht dass ich wüsste okay komm schon also ich finde die Festungen sind am effektivsten von allen Möglichkeiten die man jetzt hier bei einem stündlichen Mission haben kann wenn man jetzt mit Scharaf hier zum Beispiel jetzt was machen muss finde ich zumindest denn dann muss man wenigstens nicht so viel laufen manche sind da sogar an der freien Luft wie wir es gerade zum Beispiel jetzt gesehen haben und davon sind es ja wahrscheinlich schon nochmal am effektivsten diese ähm verfuchten Schädeldinger das ist meine Meinung ich weiß ja nicht wie ihr da was ihr darüber denkt meine Meinung es kann ja sein dass einige sogar besser durchkommen weil die Bomben haben oder was weiß ich und schon wieder hat er nicht ein Dach lol etwas strahlendes nice und schon ich sehe vielleicht in der Nähe ein Drache nein jetzt ich halt nicht dann ist noch eine eine Festung meine ich da unten ist nichts okay so spät scheiße na gut dann gehen wir mal zur Festung und davor nehmen wir natürlich auch noch die Türme mit wollen ja so viel wie möglich an Weg sparen ja okay das wird langsam im Rahmen dieser Witz äh werden sie überhaupt jemals sein aber haha okay da können wir nicht okay so das kann werden ein Beinchen dauern ein Beinchen dauern so mal durch zwischen komm schon ab in den wach getroffen boah halt da habe ich viel schaden zugefügt naja aber ist ja auch klar weil ich ja auch viel tiefer bin sozusagen eigentlich sollte ich ja diese kisten am besten falsch noch lieber sammeln dann würde ich erst mal viel mehr platz sparen dann nachher wenn ich zu einem platz rüber gehe die erst aktivieren sofern sie überhaupt noch aktivierbar sind zuckerstangen 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 aber das ist so easy und jetzt noch mal diese kleinen mini-viecher mini-viecher alles klar so gehen wir mal da runter nein nicht aktivieren aber komm das haben wir locker geschafft gleich fertig okay das wäre recht nice so ach wer ist übrigens das noch angekommen keine ahnung wer das ist also so jetzt müssen wir eine scharfe kurve nach rechts das ist ja das ist ja was hat die akte der springte einfach nur verstehe und die kennt kastob kommen ich bin es auch noch und wir können doch schon mal doch ich habe es genau gesehen ich glaube an jetzt ist es so ein ungünstiger das ist wirklich ein ungünstiger eine ungünstige festung man muss nämlich einen einen großen weg umweg zusammen machen wenn man alle drei haben möchte das ist wirklich ein großer umweg weil hier links geht es ja einmal rechts aber das habe ich ja schon oft erklärt hatte ja wie viele manzer kommen hier gerade da war ich gerade etwas episches ja war es auch ich bin mir ja langsam aber ist ja nicht so schlimm so wo ist übrigens die kiste wo ist die kiste da so versteckt nein das nicht doch mal nehmen so als muss ich aber definitiv mal ein plot suchen ich weiß allerdings war einer aber ich möchte möglichst nicht wieder dahin weil da mit sicherheit kann doch auch ein bisschen machen wir gehen einfach mal dahin es wird wollen 0 an die es hat geleckt hat Alter, das dauert schon mal wieder ewig. Nee. Na gut. Oh. Ein Ende ist natürlich zu viel. Loll. Dann nicht. Meinte ich natürlich. Dann einfach den da rüber. Je, jetzt haben wir zehn. So. Mal hin in der Nekkerdache. Na gut, aber dann ist es noch ein Fest. Na gut. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich hier mit dem Dach in der Gleite. Loll. Boong. Dann sagt die Katredale von... Oh. Oh. Keine Ahnung, wo ich es nochmal habe. Es war irgendein Land, keine Ahnung. Das war eine Fernsehserie, die ich mal früher so gern geguckt habe. Aber das ist schon sehr lange her. Na ja, nur dass ich sie selten geguckt habe. Dass sie selten im Fernsehen lief. Ach, aber das ist schon so lange her. Gewollte 500.000 Trilliarden Jahre. Alles klar. Und totaler Nebensatz. Ich bin hier einfach in der Schnetzel. Oh. Okay, das sieht doch nice aus. Das müssen wir uns gleich mal näher mal angucken. Okay, komm, dann gehen wir hier auch direkt mal rein. So. So. Okay, ich habe mir das schon erlebt. Sehr schön. Oh mein Gott, das ist ja gerade unangenehm. Tut mir leid. Oh, gratis. Gerne. Mit Feuerjuwelen. Äh. Okay, hier war nichts. Dann, das ist mal öffnen. Ja, 300. Oh. Nicht schlimm. Aber das sind Feuerjuwelen. Das ist doch nice. Oh. Oh, sehr schön. Guck euch das einfach mal an. Und spuckt euch aus diesen volatile Velocität mal an. Alles klar. Warte mal, hier ist eine Festung. Ist auch in der Nähe. Ach nee, da ist... Ich übersehe einfach da in der ganzen Leute. Alles klar. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust des Auftragensuche. Aber wird man da unten, ist ein ganz freies Feld. Wieso eigentlich nicht? Wir werden es auch nicht so lange machen. Keine Sorge. Ich weiß, dass da eine Schriftrolle ist. Weil ich, wie gesagt, ich mag die hier nicht und nehme die Ben dann nur, wenn ich die schwindliche Mission mache. Weil dann... Nee. Sorry. ist wirklich so naja aber manche sehr selten angemessen okay alles klar dann ist der fest und glaube ich oder darauf so ich sehe zwei drachen aber keinen dritten das ist so traurig ist noch jemand dazu kommen check point wenn ich ja sterben sollte weiß ich nicht denke wobei sie sieht nein ich dachte ich wäre schon mal gewesen aber nein das kann nicht sein nein ich weiß ich nicht zu 100 Prozent da ist ja noch eine Festung alles klar ich glaube ich sollte mal lieber landen vielleicht hat er dann mehr Glück was ich nicht denke aber es könnte ja sein wirklich ist noch keinen großen Boss jetzt hier gesehen Gletscherschirm nehme ich gerne Junge hör auf nervst aber warte mal damit kannst du auch mal kurz ja mein Dach aufladen okay also warst du nett du warst nett alles klar ja ich bin so einsam hier so ruhig wenn ihr keine Musik läuft wie keine drachen und drachen halte ich mich anhören muss warte mal ich läuft mal oben vorbei da habe ich eigentlich einen besseren überblick eigentlich ist ja auch nicht so da ich will auch mal gern mal die anderen drachen mal sehen ne ich sehe die ich sehe die nie ja ist auch nicht so wichtig so wir werden nur noch das Gebiet da hinten noch erkunden und dann denke ich euch das auch mit der Erkundung meine ich jetzt da ist schon wieder eine Festung da ist ein Boss na gut ne Zuckerschnecke Schnecke? äh wenn er eine Raupe ups ne 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 oh was habe ich da wieder gesehen nagi hier ist wirklich keiner das ist so oh Ein bisschen Mist. Wenn jetzt da hinten einer gespawnt wäre, Alter, da hätte ich mich aufgeregt. Hier ist schon wieder ein kleiner Boss. Hmm. Ist es wirklich nur random? Stimmt, also wirklich nicht nur in der Nähe der Festung. Also, was ich ja das letzte Mal immer gesagt habe, falls wirklich in die Kommentare rein. Sofern es auch nicht reingeschrieben wurde. Weil bis jetzt ist es ja noch nicht. Also zumindest bis jetzt, wo ich jetzt mal kurz aufnehme. So. Ach, komm, da unten den verfluchten Schnell nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht bringt er ja Glück, obwohl er verflucht ist. Ja, ich weiß, überschrieben. Oh, gerne. Oh, direkt eine Karstor. Ja. Zufall. Jetzt gehen wir... Oh, bald bekommen wir auch wieder etwas... ...besonderes. Okay, nee, dann gehen wir wieder... ...irgendetwas zieht mich hier hin. Also nichts. Wenn er da oben auf so einem Berg da spawnt, wo man den ja nicht so gut sehen kann, wenn man unten ist. Alter, das wäre richtig gemein. Alter, Alter. Ja. Ach so, ich dachte gerade... Jetzt seh ich schon Gespenster. Geisterdachen. Warte mal. Das können wir gleich auch nochmal haben. Äh... Es sieht merkwürdig aus. Egal. Egal. Also wirklich, ich traue den Drachen, das wirklich zu der Seeung, manchmal sogar sind. Oh, wirklich, hier ist der Drachen. Oh, da ist ja wieder einer. Oh, da ist ja wieder einer. Oh, naja, das ist ja meiner. Wieso besuchen wir nicht hier einfach mal kurz diesen... Na, wir haben ja nun... Was? Gute Frage. Was? Was? Ach. Sehr schön. Dein... Dein wollte ich auch mal gleich mal kurz rein. Da schon wieder so ein Boss. Ist hier oben jemand? Nein. Aber hier... Ah, da. Okay, für den Fluten-Shettle nehme ich ihn mal gerne. Nice. Toll. Ja. Dann mal weiter. Oh. Oh. Da sind da viele. Ich wette mit euch, dass da oben eben einer nach gleich spawnt. Gleich einer spawnt. So. Wette ich mit euch. Nicht. Warte mal. Lol. Ich sagte vielleicht. Glaub es. Nein, Schatz. Ist schon okay. Toll. Er hat ja nicht so eine gute Distanz, ja. Der Draculid. Also ist... Ist nicht so schlimm, wenn er einfach mal verfehlt. So, warte mal. Wir wollten ja mal kurz was nachschauen. Ja, gleich werden wir noch die... Ah, bei einer Sonnenblumenlein noch vorweigucken. Keine Sorge. So, wir waren die... Oh. Woher? Was ist denn da sein? Böster. Oh. Nein. Nein. ein Armin 1 aber es gibt sie schon als das 1 Nice. Oh, Schette, wo war der jetzt? Da. Alter, ich drück ganz auf die falschen Tasten. Come on. Boah, der sieht aber auch nice aus. Oh, was denn der denn jetzt? Grenzland? Äh, okay. Und tut er, nein. Und dann, nein. Das da ist Fee, nein. Nee, hat er den... Alter, nice. Nein, Süßigkeit, da. Und dann wird er kommen. Da. Och, nein. Das sieht doch erst mal so gut aus. Nein. Alter, warte mal. Nein. Ich hab keine Ahnung, wir gehen nur ganz kurz durch. Also solche hohe alten Stäbe sind ja auch nicht so schlecht. Nein. Nein! Was hab ich denn? Doch aktiviert. Wenn du... Denn es wird langsam Zeit, dass wir uns auch mal wieder einen neuen zulegen, oder? Das sieht auch nice aus. Das war wieder diese Ekelhafte. Ne, das... Nein. Wollen ist nochmal da. Oder warte mal, wo war nochmal der andere? Also das sieht am besten aus, finde ich. Nehmen wir den jetzt hier einfach. Na, den haben wir ja schon ausgewählt. Und kann doch... Warte mal, wie viele haben wir überhaupt? Also, Birnen. 18. Okay, da sollten wir wirklich mal kurz vorbei. Ach, wir gehen ja über einen kleinen Umweg. Wirklich nur einen kleinen. Boah, wie knapp das da über den Boden gegangen ist. Na, warum... Wenn der mich jetzt wieder zu einem Dach umlockt. Ist hier oben vielleicht einer? Nein. Bleuschen wieder einer. Interessant. Und... Na, aber so... Interessant noch wäre er nicht. Sind wir hier ja wieder. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen... Wir werden jetzt nur noch eine Sonnenblume da hinten looten und... Na gut, sagen wir mal zwei. Mal zwei. Naja, aber eins, was weiß ich auch. Zwei. Ist auch egal. Zu welcher Worte ich denn jetzt eigentlich? Alter, wie viele Sonnenblumen hier rumstehen! Hilft mir jemand kurz beim Sammeln. Na, hoffen wir mal. Dann geht's schneller. Ach, das ist die übrigens, die... In die wir rein wollten. Stimmt. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ah! Das ist gut hier. Das ist gut hier. Denn hier sind nämlich so schöne... Versteckte Punkte, aber dafür... Ganz viel auf einen Punkt. Alter, sag ich mal. Danke sehr. Ach. Sehr schön, dann können wir uns hochbeudeln. Sehr nice. Okay, wir müssen aber auch bald mal kurz die mal... Kurz die mal... Die Sachen mal... Verstauen. Also in diese Beute-Chest. So. Und das. Den da noch... Da und noch zwei. Ich werde jetzt nicht... Ach, drei waren es sogar. Okay. Ich werde jetzt wirklich nicht jeden einzelnen absuchen, aber... Bei denen jetzt hier, wo so viele auf einem Platz sind, denke ich schon, so viele wie möglich. Also hier bin ich nicht so pingelig, wenn ich jetzt wirklich hier einen auf der Spitze vergesse oder so. Oder übersehe, trifft es so leer. Oder solche... Oder solchen... Ja, die nehme ich... Die habe ich jetzt einfach mitgenommen. Ich habe jetzt hoffentlich jetzt keinen größeren Punkt-Effekt... Nicht vergessen, also... Verpasst. Wir machen jetzt einfach mal von oben, von unten... Von oben, von unten. Alles klar. Von... Von oben nach unten. So. Alles klar. Mal hier. Ach doch, da geht es doch rein. Na gut. Dann hat nur eine kleine Etage damit. Voll. So, dann noch das. Das ist voll wichtig für das Pflanzen dieser Pflanzen. Es ist wirklich total wichtig. Weil ohne die kommt man hier nicht voran. Beim Pflanzen. Mit Pflanzen. Hauptsache, wir sind ziemlich... Na, Hauptsache, wir sind nicht plantlos. Ich wollte schon sagen, plantlos, aber... Nein. Das sind wir nicht. So. Ach, komm. Nimm den schon. So. Ich weiß, ich glaube, ich habe ein paar große Punkte definitiv vergessen. Was ist... Die... Such... Ach, diese... Okay, das finde ich nämlich nicht so angenehm, weil jemand... Nicht so gut sieht. Für Sammeln der Sonnenbirnen. Naja. Aber dafür sind hier ziemlich viele. Sehr schön. Ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes, aber... Wäre schon schön gewesen, wenn jemand noch mitgeholfen hätte. Dann wäre es schneller gegangen. Oh, das ist jetzt auch noch voll. Da ist aber wieder eine... So. Oh, mein Gott, das sieht so richtig strange aus mit den blonden Augen. Strange. So. Ich denke, das wird jetzt entweder die... Es hilft. Bäh. Oh. Ups. Nein. Hä? Nein. So. So, komm, den machen wir auch noch mit. So, easy. Geht sie noch ein? Ich glaube, nein. Ich weiß... Oh, doch. Hier geht's noch ein. Wie viele denn? Also, ich habe jetzt eigentlich jetzt nicht sehr viel mehr zu erzählen. Oh, mein Gott, der Exim... Äh... Tuss... Bei Tio oder sowas. Der macht sich hier ziemlich beliebt. Das ist ja nicht schlimm. Also, ich habe da eigentlich nichts dagegen. Solange es nicht negativ... Aufmerksamkeit... Negative Aufmerksamkeit ist... Das ist ja nicht schlimm. So. Nur 455. Das ist zu wenig. Okay, komm. Wir sagen jetzt einfach mal, das wird dahin die letzte. Dann noch die hier. So, bam. Sehr schön. Müssen wir jetzt nur noch hier die da drinnen und auch die Etagen da oben noch machen. Ja, es hört sich sehr viel an. Oh. Ist das so leer? Alles klar. Den Rest mache ich dann aber nachher in Singleplay und so. Also, ich meine jetzt... Warte mal. Ich mache da drei weg. Ich gehe auch drei. Ich mache drei weg. Ich gehe auch drei. Okay, ich habe nämlich gedacht, man kriegt auch mehrere davon. Naja. Wäre interessant gewesen. Also, so ähnlich wie bei einem Gletscherschirm oder so. Ich glaube, da bekommt man ja auch mehr von. Oder man hat... Warte, ich weiß... Mehr bekommen. Über eine Zeitraum oder so. Ich weiß ja nicht, ob es nur noch so ist. Ich habe es jetzt nicht darauf geachtet, die letzten Male. Es ist ja schon was her, als ich das letzte Mal... ...was gesehen habe. Ah, da haben wir noch einen großen Spot vergessen. Na, übersehen. Vergessen ist ja was anderes. Daumen auch noch. Alter, hier gibt es ja mega viele Sonnenblumen. Hier. Gibt es mega viele Sonnenblumen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall... ...sofort gehe... ...ja, ich habe Hunger. Oder gleich. Na, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich würde mich auf einen Like natürlich sehr freuen. Und... ...wenn ihr vorab noch ein paar andere Videos von mir sehen... ...nur... ...warte! ...kommt das mal schon mit. Ähm... ... ... ...mach mal Begleitanfrage. Auf jeden Fall... ...schreibt einfach mal ein Kanal vorbei... ...und... ...wenn ihr Lust habt... ...ich würde mich natürlich auch auf ein Abo natürlich freuen. Denn... ...den... ...so... ...den... ...den... ...dann... ...ist für mich irgendwie motiviert... ...motivierender. ...und... ...und... ...ja, wie... ...und für euch ist es jetzt ziemlich gut, denn da seid ihr immer... ...kostlos auf dem meisten Stand... ...also... ...schreibt... ...dann nichts mehr anzuwerfen... ...ansonsten... ...das hier wird... ...würde jetzt einfach nur noch eine Anweisheit für euch... ...würde einmal sagen... ...Tschüss... ...und bis zum nächsten Mal... ...bei Let's Play Trove... ...Tschüss!